Was will das Mädchen so spät am Abend? Eiskalt weht der Wind, kauft keiner Schwefellhölzer, hat keiner Mitleid mit dem Kind. Die kalten Hände sich zu wärmen, hat es ein Streichholz angemacht, das war in Kopenhagen in einer Winternacht. Und bei dem Feuer fing es an zu träumen von einem warmen Haus, nahm sich ein neues Streichholz, doch auch dieses Brandschmerz. Am nächsten Morgen hat man es gefunden, dort im Schnee so weiß, und all die schwarzen Hölzer lagen da im Kreis. Die Leute sprachen, es ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht, hätt sie sich mal lieber früher nach Hause aufgemacht. Doch aus dem Dunkel, da kam ein Engel und nahm es mit sich fort, fort von Kopenhagen an einem Bessern noch. Und da kam einång, auf einmal da kam ein